Empire Earth Wir haben hier diese heftige Schlacht von Frankreich Aber mir ist beim letzten Mal eine Idee gekommen Ähm Genau Leute Ich werde mal Einen Flughafen hinbauen Der Flughafen Der Vogel Ich werde mal einen Flughafen hinbauen Oh Scheiße Scheiße das geht so nicht Ah verdammt Was ist das auch alles so klein hier ne Och Leute Hat man sich mal was überlegt Und das Dann klappt es nicht Nur wegen Moment doch hier Hier wird es klappen Aber der wird direkt platt gemacht werden Hier Ich habe nämlich hier jede Menge Infanterie Ähm Werde gleich noch ein paar Geschütze bauen Tatsächlich Panzer können wir leider nicht mehr bauen Hier hinten ist Artillerie Jede Menge Zumindest glaube ich das Also irgendwie gerade nicht Da macht die kaputt Los Schießt die im Arsch Der Panzer hat keine Chance Oh Mein Jäger verdammt nochmal Oha Oha Der Turm Bürger Komm mal hier runter Du musst den Turm reparieren Ganz schnell Leute Gut Richthofen Komm mal hier raus Mach den kaputt Mach die alle platt Du Sportsmann Ganz genau Gut Leute Dann würde ich sagen Schmeiße ich Schmeiße ich diesen Flughafen Hier weg Dann werde ich nämlich Diesen hier nehmen Sammelpunkt da setzen Und ach du Heilige Boah Wieder die Duff Boys da Und äh Aber anscheinend Doch nicht Anscheinend werden hier Nicht Artillerien Nachgebaut Ohne Ende Aber die Ich brauche Partisanen Verdammt Ich brauche Partisanen Leute Ja ihr merkt Ich bin direkt schon wieder Drin hier im Kampf Ehm Ja wir brauchen einfach Noch ein paar Sachen hier Artillerien und so Und ja Leute Ich hoffe es geht euch gut So weit Mir geht es sehr gut Wir haben Montagabend Tatsächlich Weil ich habe es einfach Am Wochenende nicht mal Geschafft Ein paar eröffnen Deshalb jetzt am Montag Und da stehen zwei Panzer Gefällt mir gar nicht Aber gut Was soll man machen So Panzerartillerie Komm mal hier hin Bitte Mach mal nochmal Dass die ein bisschen mehr Reichweite haben Und Dann auf den Panzer Da Los So der Bürger Der kann mal hier oben Holz sammeln Genau Ich habe jetzt schön Hier Partisanen Stehen Leute Schießt den ab So Immer schön weiter Die Flugzeuge Abballern hier Der kommt hier mit Echt vielen Flugzeugen An Ich merke es schon Und ja Dann hoffe ich Dass euch das nach wie vor Spaß macht Hier Mir hier zuzuschauen Wir haben noch Reiter Haben wir hier schon wieder Ach Manneken Ja gut Die Manneken Die sind egal Wirklich So was haben wir hier noch Ach den Ein Panzer Da Ja Hallo Ballern die ernsthaft Meine ganzen Meine ganzen Dings weg Ey Manni Bleib mal hier Bleib mal hier Manni Die ballern echt Meine Partisanen weg Ne Unglaublich Wirklich Boah Leute Das ist ja wirklich Gut dann fahr du mal bitte Zurück ins Krankenhaus Was will der denn Was will der denn So liebe Leute Abschießen Los Ich brauche mehr Partisanen So Und am besten noch mehr Mehr von allem Ja Mehr von allem bitte So Das haben wir überstanden Liebe Leute Und ja Wenn wir dann hier gleich noch mal ein paar Einheiten zusammen haben Gehe ich mal los Was machst du denn Manni Der scoutet für uns die Basis Ja das ist auch in Ordnung Gut Alles klar Und das Tier Geheilt hier Das Maschinengewehr Kann sich noch mal kurz heilen Und da kommt noch mehr Zeug angerollt hier So wie es sich für einen Weltkrieg gehört So Rotter Baron Der konnte gar nichts machen Ach Mensch jetzt Hör doch mal auf Deinen Fliegern Du nervst Roter Baron Äh hier war irgendwo Eine Artillerie drin oder Hier ist gar nichts drin Ja gut Oh doch da sind Flags Oh das ist nicht gut Mach halt dieses Zelt im Arsch Oh Panzer Oh oi 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 Dann Leute Reparier das mal Bats Genau Bats Keine Chance Junge Dein Duff Boys So Oh die geile Mucke Das kann man schön Die passt so schön zum Aufrüsten hier Boah der ist eiskalt Ich greife der eiskalt Manni an Aber der geht direkt sterben Schau dich das an Die Partisanen Die machen guten Schaden Zack Weg damit Partisanen Ey richtig gut Davon brauche ich auch noch ein paar So drei Stück Bum bum Hier ist meine nächste Artillerie Und die Die können sich eigentlich auch mal zurückziehen Oder die hatten ja hier nur die Die Artillerien vom Gegner weg gemacht Was ist das denn Ah Chicken Hühner Okay Ach du Scheiße Was macht der denn Leute das ist jetzt gerade Das ist jetzt gerade uncool Was der da macht Wirklich Das ist jetzt gerade richtig uncool Leute Ach du Scheiße Wirklich Mach die kaputt Ey bitte Meine Türme So Manni Komm schon Alter Mach mich hier platt Das ist unfassbar Leute Boah Das ist gerade übel Leute Das ist gerade richtig heftig Was hier kommt Wow Da bin ich echt überrascht So Ja super Toll Die reiben mich hier auf Ne Das ist Wow Also das ist heftig Leute Das ist echt heftig Egal Der ist zum Glück so blöd Und stellt sich in die Reichweite Der Türme Ja viel Viel können die Gegner Normalerweise hier nicht ausrichten Äh ich warte das einfach ab Weil normalerweise sollten die Türme Das hinkriegen So Manni Ich brauch dich Komm her Los Manni komm her Mach diese Artillerie im Arsch So Leute Mach mir doch Mach mir doch alle Türme im Arsch Weißt du Ja Er macht Er macht sogar mein Krankenhaus weg Ne Der Penner Er macht doch mein Krankenhaus weg Hier Dieser Penner Okay egal Leute Dann Dann baue ich hier einfach meine Türme nach So Das war's Leute Wir sind im Angriff Ich muss echt mal losgehen jetzt Der muss mal aufs Maul kriegen Der Typ Das ist unfassbar Da waren die ganzen Kackdinger Da waren die ganzen Artillerien Darauf war ich nicht vorbereitet Ja Egal Leute Wenn die sich geheilt haben Gehen wir los Dann gehen wir mal Angreifen Und dann gehen Wo ist die andere Mach die Ärzte weg So Wo werden wir wieder angegriffen Ach der Manni Ja okay Der Manni Das ist Das können wir machen Das ist Die werden nämlich hier abgeballert Ganz genau Leute Ballert die scheiß Flugzeuge weg Boah das ist Die gehen immer schön auf meine Partisanen Ne Das ist So Dann bleibt du da stehen So Sehr sehr gut Leute Ähm Warum ist meine Dings weg Egal Wir gehen jetzt mal los Gut Die Türme hinten sind fast fertig Sehr sehr gut Und da kommt schon wieder was Da hinten Ne Ja Da kommt schon wieder was Egal Bau einfach die Türme weiter auf Hier Und du machst bitte hier drauf Nein Ach du Penner ey Wirklich Was schießt da schon wieder Das kann er ruhig machen Das ist okay Was macht der denn Jäger Ja gut das kann er machen Das ist okay Leute Boah Manni hat uns wieder gerettet Was zur Hölle Wir werden angegriffen Was zur Hölle Wo kommt die denn her Scheiße Haben die mal Flughafen hier weggeballert Die Penner Mann Und Manni ist weg Ja was ist das auch für eine scheiß Mission Wirklich Leute Was ist das auch für eine scheiß Mission Manni ist weg Verdammt Zehn Minuten für die Katz Naja gut Egal Leute Nochmal das Ganze Nochmal auf Anfang Ja das ist halt Eine miese Mission Wirklich Aber ist egal Die Ärzte Die versuchen da wieder hier Irgendwas zu machen So dann schießt ihr jetzt einfach mal diese Scheiße hier kaputt Während da Wir da paar Manneken ausbilden Der kommt da hinten gleich Mit den Artillerien Ich verstehe schon Seht ihr das Da fahren die Ärzte Direkt da hinten hin So die Flak abschießen Los Röns Das arme Runen Wirklich Och Da kommt er wieder mit so Drecksflugzeugen Ihr sollt da draufschießen Ganz genau Leute Aufmachen Und ich muss hier einfach weiterbauen Ich muss hier einfach weiterbauen Partisanen Das sind die drei Panzer Jo Aber Gut Dann muss ich hier noch mehr befestigen Leute Weil wenn der hier mit seinen Artillerien angeschissen kommt Du sollst auch da draufschießen Was ist denn mit dir? Mensch So Alles klar Wir bauen weiter aus hier Los Wir brauchen mehr Panzerartillerie Und da muss ich gleich mal Ja Auf Money aufpassen Hier So Wer schießt da? Der Money hier Die haben echt Money gekriegt beim letzten Mal Das ist unglaublich Dass die echt den Richthofen hier platt gemacht haben So viele So viel Leben wieder hat Wirklich heftig Moment Die haben den Flughafen platt gemacht Ja Leute Der Penner Der hat den Flughafen beim letzten Mal platt gemacht Deswegen ist Money gefallen Und nicht wegen der Übermacht hier Nee Money ist gefallen Weil kein Flughafen mehr da war Ja das ist natürlich auch Boah doof Ja mach du deine Luftkämpfe ist in Ordnung Wir können keine Flags bauen Das ist so blöd Gut Dann holen wir mal ein paar Steine rein Hier So dann sind wir die scheiß Luftboys Wir haben Maschinengewehre Leute Ja die ballern aber auch ganz schön was weg Hier von mir Du Unglaublich Wirklich einfach Eigentlich ne Gut Ich brauch mehr davon So Was macht Money schon wieder da Ja mach das Ballert die ab Ist okay Ja Sehr gut Damit die mir nicht auf den Piss gehen hier So Leute ich glaube dann Können wir mal hier los Das werden sie wirklich Leute Die werden echt den Tag verfluchen So Alles klar Team 1 Abmarsch Wobei ich befürchte halt Dass der jetzt da hinten Wieder die Artillerie stehen hat Ne Ne hat er nicht Sehr gut Aber speicher das Ding Nochmal unter Deutsche Bitte So liebe Leute Hoffe ich dass wir jetzt Bald mal die Mission hier schaffen Mensch Das kann ja wohl nicht wahr sein Wir sind jetzt schon Da sind wieder welche Das kann doch nicht wahr sein Wirklich Mach die Mach die weg Mach die Scheiße weg Ey Los Und Einfach weiterlaufen Einfach weiterlaufen Oder dass der Scheiß gar nicht erst trifft Da wollte er sich nämlich schon wieder sammeln Wir werden angegriffen So ihr schießt bitte da hinten drauf Und wir werden Da kommen sie schon Seien ernst Jetzt kommen sie auch von woanders Jetzt kommen sie aus der Mitte Ey das ist so blöd Okay Hier Kommt Leute Zum Glück hab ich da noch was stehen Ey So Liebe Leute Team 1 Mach hier auf Los Macht hier auf Und macht hier alles im Arsch Was hier drin ist So Liebe Leute Das war's jetzt mit Diese scheiß Artillerie Ne wirklich Mach die weg Boah Also das ist schon übel Ja Was er hier auffährt Röms So Puh So Mein Team 1 Oh Diese Drecksartillerien Verdammt nochmal Das gibt's nicht Leute Das gibt's nicht Ich muss noch einen Flughafen bauen Ich brauch noch einen Flughafen Ey Ich brauch unbedingt die Bomber hier drin So Ich brauche unbedingt Bomber hier Und am besten wirklich noch so ein paar Panzerdinger hier Panzerabwehrgeschütze Und Partisanen Und Ja den Flughafen eigentlich Moment Ich brauche dafür Holz Wir werden angegriffen So der Flughafen war hier Wo werden wir wieder angegriffen Das ist so bescheuert Da stehen immer drei Panzer rum Okay Ja Leute Das ist ganz schön anstrengend Aber es wäre kein Empire Earth Wenn es nicht anstrengend wäre Ne So dann bauen wir eine Artillerie Bitte So Ey Was schießt hier schon wieder Verdammt nochmal So Bots Und wegmachen Wegmachen den Scheiß Das sind Schrottpanzer Leute MKV Die können eigentlich gar nichts Aber es ist halt So Bomber Leute Bomber 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 Ich gehe jetzt einfach hier rein Und bombe die Scheiße weg Wirklich Ich habe keinen Bock mehr Hier unten ist ja schon alles weg Dann muss ich eigentlich nur noch das hier Platt machen Okay Wir können eigentlich Endlos Bomber hier bauen Moment Alleine losschicken bringt auch nichts Stell mal ein paar Party Sagen hier ab Bitte So Bomber nochmal bauen Bitte Och Leute Ihr geht mir echt langsam auf den Piss Wirklich Du schießt bitte auf das Das Ding da Genau Weg damit Was versucht er jetzt hier schon wieder Der macht meine Dings platt Na super Ne macht er nicht Okay gut N N N Wo sind meine Partisanen Das kann ja wohl nicht wahr sein Leute Das kann ja wohl echt nicht wahr sein So Bomber Komm Bomber Bomber Bummt die Artillerie weg Ja Los geht's Es sei denn Der hat jetzt hier Jäger Ne Dann ist scheiße Ja wobei Die Kaserne Kaserne wegbomben Bitte So das ist schon mal ein Anfang Alles klar Dann können wir während die Bomber da Sich austoben Können wir hier noch ein bisschen Was Was Gutes bauen So liebe Leute Und jo Wie gesagt wir haben Wir beißen uns hier ganz schön Die Zähne aus An den Gegnern Mensch Manni Mach den kaputt Den schaffst du Ja Easy Zack Weg mit dem So So Da ist der nächste Bomber Der kann bitte hier die Kaserne wegmachen Und Zack Fast weg Okay Da ist ein Jäger Leute Der macht bitte die Kaserne weg Ja der Jäger Der schießt ihn natürlich jetzt ab Und die müssen auch unbedingt in den Jäger In die Jäger rein Das ist so dumm eigentlich Ja gut Egal Nö Manni Dann kommt ihr jetzt mal bitte hier hin Und dann baue ich hier einfach ein paar Jäger So Genau Leute Leute Warum mache ich eigentlich keinen Luftkrieg Wir werden angegriffen Was der Gegner kann Können wir ja wohl auch können Ja Bleibt ihr mal hier bitte Bomber Bleibt mal bitte drin Weil Voll die Ressourcenverschwendung Müssen wir auch nicht haben Ne ne Leute Was macht der Panzer Ach verdammt Beziehungsweise die Artillerie Was ist hier jetzt schon wieder Ja gut Das ist okay Manni Schießt die Jäger ab Und vor allem das Zeug hier Los Nein 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 Das können die Dings machen Okay Gut Luftkämpfe Leute Erstmal die ganzen Drecksflieger da weg machen Wirklich So dann stelle ich die mal hier hin Die paar Pisanen Meine werden natürlich Aufgerieben Aber der Bomber Der kann einfach Einmal eine Bombe Da reinschmeißen Und dann haben wir das Ding So und du kannst bitte Steine sammeln Der Bomber Muss einmal reinschmeißen Seht ihr das So Auf die Artillerie Los Ach Keiner werden natürlich Hochgeheilt Ne Das ist klar So egal Dann geht raus Dann geht raus Dann Bomber bitte Du Bomber Einmal hier drauf schießen Bitte Einfach einmal da reinbomben Das ist nötig ey Das ist wirklich nötig Hier So damit die Kacke Mal im Arsch geht Hier Das klappt noch nicht mal Ohne Witz Das klappt noch nicht mal Oh mein Gott Okay Egal Zwei Bomber So Diese Drecksartillerie Von ihm ey Ich könnte im Strahl kotzen Wirklich So hier Diese Scheiße da Mach es weg jetzt Und das hier auch Und das auch Verdammt nochmal So dann kann ich jetzt Mit denen hier rein Und die nächsten Bomber Hier hinschicken Ja Und am besten auch Meine Einheiten Wenn ich denn welche hätte Moment Wenn ich denn welche hätte So dann bauen wir ein paar So So die können einfach Draufballern So mach einfach Diese Scheiß Flieger weg So Die schießen alle auf Money Das ist in Ordnung Der Money der überlebt hat Ja 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 Ach die ballern die alle ab Ne Das ist Unfassbar So Ich brauche hier noch ein paar Jäger Los Albatross Komm Ich brauche euch Albatross So Sammelpunkt ist da Ach Leute Könnt ihr mal ein bisschen mehr abziehen So Leute ihr geht mir Auf langsam auf die Nerven Wirklich Ach Diese Drecksflieger von ihm Ey So der Money der heilt sich gerade Ja Gut Ich brauche mehr Partisanen Ne Jetzt kommt er hier schon wieder Aber das ist in Ordnung Das ist okay Oder Oder ist das wirklich okay Ja ja Wir haben Bunker hier Einfach reparieren Los So Und ihr könnt bitte Steine Ernten Mann 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 So Ich brauche noch Partisanen Boah Diese Drecksflugzeuge Ja Das ist schon Eine andere Nummer Ja ja So Dann einfach mal Einiges am Partisanen Und Der lässt sich abballern Oder Pff Wir werden angegriffen Ja Baller alle meine Jäger ab Ey Pff So Schickt ihn mal da hin Zumindest Ich wollte schon sagen Der versucht es da wieder Oder was So Bomber Ihr könnt ja hier Bomben Bitte Der hat keinen Sprit mehr Ist in Ordnung Bomber Bitte So Immer diese Luftkämpfe Hier So Oh Oh Ich kann hier Groß Groß Aufrüsten Haha Geil Leute Ähm Haha Partisanen Leute Partisanen Und ein Krankenhaus Das ist eine geile Kombi Gegen die Flieger Nein Nicht gegen den Panzer Nicht gegen den Panzer Leute Nicht Gegen den Panzer So Gut Dann stellt euch da hin Boah ey Schießt die ab Schießt die Drecksflieger Wirklich ab So Leute Oh Gott Nicht gegen den Panzer Nicht gegen den Panzer Geh bloß raus da Verdammt Der hat Panzer hier Der hat echt eiskalt Panzer Verdammte Hacke Der Manni macht aber gut Schaden An den Dingern Ja muss man sagen So Abschießen Abschießen So Boah Diese ganzen Flieger hier Ey wirklich Das ist unfassbar Jetzt Ey Kommt er hier Ich krieg da nicht Ne ne Ich schaff da nicht Leute Gut Alles klar Und ihr bleibt mal bitte Hier stehen Mach mal Stellung halten Und jo So Bam Weg damit Weg damit Ja Dann würde ich sagen Gehe ich mal hiermit Nochmal los Ich hoffe dass ich jetzt Ein bisschen Fortschritt Nochmal kriege Hier in dieser Kack Mission Ah Der ballert die alle Hier ab Okay Leute Gut Ich komme mal ein bisschen Hier hin Der Bomber Der kann mal bitte Hier das Ding Hier Wegbomben Ja Weg damit Mit So Dann können wir hier Weiter rein Ach Jetzt kommt er da mit Panzer Verdammt Leute Wirklich Los Weg mit den Ärzten Hier Los Die Ärzte Sind scheiße Genau wie die Musik Bellt So Brums Weg mit der Scheiße So Los Ja Ballert Mein Bomber Ab Ist in Ordnung So Mehr Medaillen Für uns Leute Sehr sehr cool Kümmern sie sich nicht um solche Dinge Manfred Jeder Mann hat seinen Platz Seine Pflicht Ihnen auf dem Schlachtfeld Muss es genügen Dass sie für das Vaterland sterben Pst Bitte was Okay Ich will aber nicht sterben So die Flughäfen Leute Und nice Wieder eine Artillerie Weg machen Sofort weg machen Sofort weg machen Die Scheiße Los Und die Flughäfen Unbedingt Und die Flughäfen Leute Diese Drecksflieger Wirklich So Kaputt machen Weg machen So Oh Das ist noch mehr Artillerie Dieser Penner Wirklich Leute Dieser Penner So Noch mehr Noch mehr Artillerie Verdammte Hacke Wirklich Gut Egal Die kriegen wir hoffentlich noch In den Flughafen Bitte weg machen Den Scheiß Ne Die Artillerie Die ist zu stark Schaut euch das an Diese Artillerie Komm den kriegt ihr Ja Teilziel erreicht Leute Wirklich Teilziel erreicht So Leute Teil Ziel Erreicht So Was haben wir hier Hier ist die Artillerie So Putz Und weg Mit dem Scheiß So Das ist schon mal gut Wir haben jetzt wirklich Zwei Seiner drei Festungen Haben wir Platt gemacht Ja Leute Der Jägersammelpunkt Ist mal bitte hier Bauen wir bitte mehr Jäger Ui Und hier kann ich mal Ein bisschen mehr Manneken bauen So Bauen wir ein paar Manneken Und noch ein paar Partisanen Und hier unten Auch bitte Unbedingt Könnte ich ja nichts mehr machen Hier unten Brauche ich auch Jede Menge Hiervon So Hier oben Noch ein paar Panzerabwehrschütze Für die Scheiß Artillerie Und hier auch noch Partisanen Leute Der kommt immer noch Angeschissen Das ist unglaublich Leute Ja gut Dann lass dich halt hier hin So Lass dir unsere Basis schützen Gut Leute Aber wir haben zumindest Schon mal Ein bisschen was kaputt gemacht Von ihm tatsächlich Ja Das ist Äh Richtig gut Und hier oben Brauche ich aber Die Sammelpunkte Nicht mehr Ich stelle sie mal hier Los Gut Leute Der Turm ist fast kaputt Aber Und das Und das Nein 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 Nur die beiden Nur die beiden Die können sich auch mal Hier sammeln So Wir sammeln unsere Armee Für den letzten Schlag Was machen die Haha Geil Okay Leute Gut Ähm Du versuchst aufzumucken Gut dann Mach den kaputt Los Mach den Penner kaputt So Alles klar Leute Wir werden wieder angegriffen Hier unten Ja Okay Manni Komm mal mit Du Sportsmann Haha Was für ein Sportsmann So Weg damit Leute Weg mit den scheiß Fliegern Hier Die haben noch Ne die haben keinen Flughafen mehr Ne Eigentlich nicht Leute Oh die Folge ist voll Leute Die Folge ist voll Ähm Okay Ah Nein Ach Immer dann Wenn ich beenden will Kommt da wieder mit so scheiße Angeschissen Das ist unfassbar Naja egal Leute Ja Das könnt ihr vergessen Gut Leute Wenn euch die Folge gefallen hat Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da Äh Würde mich sehr freuen Und ja Dann würde ich sagen Machen wir beim nächsten Mal weiter Hier Um hoffentlich jetzt bald mal die letzte Festung von denen Abzuballern Ganz genau Leute Gut Dann würde ich sagen Wünsche euch noch einen schönen Abend Und einen schönen Tag Tschüss